Hallo, mein Name ist Jaren Fiedler. Herzlich willkommen auf meinfenster.com. Sie sind bestimmt Eigenheimbauer oder wollen Ihr Haus renovieren, vielleicht auch energetisch sanieren und interessieren sich für Fenster und Haustüren? Dann finden Sie auf unserer Seite alles, was Sie dafür benötigen. Wir bieten Ihnen Fenster und Haustüren aus Kunststoff von Aluplast, Weka und Salamander, Fenster und Haustüren aus Holz, Fenster und Haustüren aus Aluminium, Fenster aus Holz und Aluminium, also Innenholz und Außenaluminium, in verschiedenen Farben und Ausführungen. Einbruchschutzfenster, Schallschutzfenster, alles was Sie für Ihr Projekt benötigen. Für weiße Kunststofffenster von Aluplast und Salamander bieten wir Ihnen eine Expresslieferung von nur 10 Werktagen an. Also schauen Sie sich gerne um, hier finden Sie bestimmt das passende Fenster für Sie. Für den Start empfehle ich Ihnen den Ratgeber 5 gute Gründe für neue Fenster, natürlich kostenfrei. Klicken Sie auf Ratgeber anfordern, dort geben Sie einfach Ihren Vornamen und E-Mail-Adresse ein und Sie erhalten den Ratgeber im PDF-Format zum Download. Bis bald, ich freue mich auf Sie, hier Joachim Fiedler.